Hier am Keltenaltar, hier in dem Altar Celta, in Zemuc, in Du Casa, bei Dir zu Hause, wie wir sagen. Willkommen wieder zur heutigen High-Frequency-Klasse. Bienvenido a la clase de alta frecuencia de hoy. Und heute möchte ich die letzten drei Videos quasi abrunden. Heute möchte ich dar und cerrar den Círculo mit den letzten drei Videos. Was haben wir gearbeitet? Wir haben gearbeitet den Kopf. Dann haben wir geöffnet den Kopf für eine Kommunikation aus dem Kopf, das ist der Punkt K. Ja, das haben wir gemacht, wir haben das mit dem Herzen gearbeitet. Dann im nächsten Video haben wir vom Herzen her unsere Kommunikation geöffnet, zu einer Kommunikation über das Herzen, was K.Wissen heißt bei den Maya. Und über die Einheit kamen wir dann zum Drachen. Der Drache ist nicht irgendetwas außerhalb, sondern das ist auch in Dir. Einfach so weiter. A través einer größeren Unität, wir sind am Angelegen und die Werte des Drachen. Es ist ein Teil von dir. Es ist eine Teil von Dir. Wenn wir jetzt in der Micro-Welt gehen, dann kommen wir irgendwann einmal zu den Genen, und die tanzen ja auch wie Drachen. Entonces, llegamos algún día al micromundo de los genes que, obviamente, están bailando, muévete un poquito, muévete, las lobos, están bailando como dragones. Respira, respira, atme. Und ich möchte heute einfach andeuten, das Wissen über die Lichtgenaktivierung. Solo quiero mencionar el conocimiento sobre la activación de tu genética de luz, que también es un hecho. Eso es lo que los científicos no saben leer o no saben entender de los genes. Das ist eine Tatsache, aber leider noch nicht Wissenschaft. Das ist nämlich das in den Genen, was die Wissenschaftler nicht zu lesen wissen oder noch nicht verstehen. Schliessen wir die Augen. Sierra los ojos. Toda tu atención esta dirigida al corazón. Alla deine Aufmerksamkeit ist auf dein Herz gerichtet. Las los suelta. Las manos también suelta las. Las die Hände los. Und ich nehme dich mit auf eine Reise hinein in deine Gene. Te llevo un viaje adentro de tus genes. Listo? A las tres. Como ya conoces, wie du schon kennst, auf drei, ich berühre deine Stirne. Toca tu frente. A las tres, sind wir dort. Auf drei, sind wir dort. Uno, dos, tres. La nueva epigenética nos ha mostrado. Die neue epigenetik hat uns gezeigt, dass du nichts wiederholen musst, was nicht Leben spendet. Lo que no tienes que repetir o leer en tus genes, lo que no da vida, como enfermedades de tus ancestros, como por ejemplo, pensando que si tienen diabetes, tú también. Also du musst nichts lesen, was nicht Leben spendet. Das heißt zum Beispiel Krankheiten, die deine Ahnen gehabt haben. Ich lösche, borro, ese tipo de patrones in ti. Todo lo que es oscuro, lo que es muerte, modalidad de muerte, ich lösche in dir die modalität des Todes, was nicht Leben ist. Ich arbeite jetzt mit deinen Genen, trabajo ahora con tus genes. Este Video está para todos los que en tiempo y espacio en algún momento. Und wenn este Video, dieses Video, dieses Video ist für alle, die irgendwann in Raum und Zeit diese Meditation mitmachen. Es ist alles für dich dabei. Das ist jetzt so coordiniert. Así lo estoy coordinando. Todo está para ti. Wie siempre ve este Video. Wie siempre ve este Video. Maya Temple, wo mir gezeigt wurde, wie man mit dem Licht arbeitet, welches dich in deinen Genen reflektiert, sie aktiviert und das Lichtpotenzial in ihnen aktiviert. Und du damit mehr von deinem Potenzial lebst. A la stress. Auf drei, eins, zwei, drei. Laszlo, suelta, gózalo. Es como si hubiera códigos que no se han leído, pero ahora se van a poder leer. Es ist, wie wenn es Codes in dir gibt, die du vorher nicht gelesen hast, aber jetzt werden sie gelesen. Es wird dir mehr Gesundheit geben. Es öffnet dir eine neue Wahrnehmung, neue Sinne. Es wird dir vielleicht sein, nicht zu einem Moment. Es wird dir eine irgendeine Wahrnehmung geben. De Luz, über deine Lichtgene, es ist möglich, ja es da todo inerente in ti, es ist möglich, wie wieder der Ser de Luz, die du lehnt. Darüber ist es möglich, in etwas, was schon angelegt ist, in dir dein Lichtwesen zu lehnen. Elohim, 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 Elohim. Toco tu frente, ich berühre wieder deine Stirne, bei drei bist du im Hier und Jetzt, kommst zurück in dein Herz. Otra vez, toco tu frente, con tres, regresas aquí ahora, y estás en tu corazón con mucho amor, mit viel Liebe. Eins, zwei, eins, zwei, drei, uno, dos, tres. Bien. Das waren meine Ausbildungen, meine Einweihungen über viele Jahre hinweg. Das ist kosmisches Wissen. Von Herzen, bis bald, bis el corazón, hasta muy pronto.